Klasse. Einfache Zähler. Spiel. So viel passiert, so viel gute Aktion gibt es und dann der schwere Wurf und Kenny Okpe hat ihn eingeleitet. Gut verteidigt Holyfield, macht das da schwer und bekommt jetzt den Dank von Lomas. Und jetzt möchte Christian Held viel Tempo und guten Abschluss. Völlig ungehindert die Danken. Alte Ludwigsburger Qualitäten rausgeholt. Offensiv ist es krassen mit dem einfachen Dunking bei Magenta Sport. Der Assist und da die Leo von oben über Allston. Alle Spiele live nur bei Magenta Sport.